In diesem Video erkläre ich dir, wie es mit den China-Aktien weitergeht, welche Strategie China fährt und welche Aktien du vielleicht lieber verkaufen solltest. Herzlich Willkommen bei Value Investing 2050. In diesem Video geht es wieder spannend um China. Ich werde euch mal aus meiner Sicht erklären, wie es hier weitergeht und was China gerade tut. Und dann sage ich nochmal, welche Aktien jetzt vielleicht interessanter sind und welche in den nächsten Monaten weiter Probleme bekommen. Und da müsst ihr mal euer Portfolio überprüfen. Zu den aktuellen News. In China, Waibu, das ist wie Twitter, da wurden jetzt 52 sehr einflussreiche Accounts gelöscht, wo es Aktieninformationen gibt. China hat dort eingegriffen. Auch interessant, ihr wisst ja bestimmt, Jack Ma ist ja damals kurz verschwunden, nachdem er sich kritisch geäußert hat. Das war kurz bevor der IPO von Ant in Hongkong erfolgen sollte. Und was hat er eigentlich damit gesagt? Er hat eigentlich gesagt, dass das ganze Finanzsystem reformbedürftig ist, dass chinesische Banken eine Pornshop-Mentalität haben. Also die Mentalität eines Pfandleihauses. Er hat dort also das Banksystem kritisiert und hat gesagt, es ist eben schwer, dort überhaupt an Geld zu kommen und anderes. Daraufhin gab es ja große Probleme für ihn und Encon nicht an die Börse gehen. In China ist es so, es gibt aktuell ungefähr 178 Millionen Kleinanleger. Das sind 13%. Deutschland hat ungefähr 15%. Die USA haben über 50% an Kleinanlegern aktuell im Markt. China ist aber auch ein interessanter Aktienmarkt. Die Chinesen kaufen vorwiegend A-Aktien in China und können zum Beispiel auch die H-Aktien in Hongkong kaufen, die auch internationale Investoren kaufen können. Und was ist jetzt passiert? Ganz aktuelle News. Es soll eine dritte Börse in China entstehen, in Peking, neben den aktuellen in Shanghai und Shenzhen. Und dort sollen kleine und mittlere Unternehmen und zum Beispiel auch Start-ups als IPO teilweise starten können. Die Börse wird jetzt mit ungefähr 66 Unternehmen, die es schon gibt, starten. Das heißt, China macht jetzt genau das, was eigentlich Checkmark kritisiert hat. Und das ist natürlich ein bisschen die ganze Ironie an der Sache, dass dort eigentlich jetzt das umgesetzt hat, wofür er bestraft wurde, weil er es gesagt hat und damit hat er die Partei kritisiert. Inhaltlich haben sie ihm wahrscheinlich Recht gegeben. Ansonsten, was ich noch zu diesem Thema sagen will, bevor wir jetzt nochmal zu den konkreten Aktien kommen. China will aus meiner Sicht, das ist alles meine eigene Meinung, einen eigenen Kapitalmarkt, genau wie die USA. Sie wollen dort aufschließen, sie wollen dort wichtig sein. Im Moment gibt es die National Equities Exchange and Quotation. Das ist so ähnlich wie in den USA der Over-the-Counter-Handel, also für Aktien auch in den USA, die an keiner Börse dort gelistet sind. In China wäre das hier genauso, die sind weder in Shenzhen noch Shanghai gelistet. Und dort soll dann die dritte Börse, die Pekinger Börse, ein bisschen reinspielen und dort teilweise eben auch dort Unternehmen übernehmen. Die Pekinger Börse soll ein bisschen der Nasdaq in China werden. Und wie gesagt, sie starten mit 66 Firmen. Die Börse Peking wird dann natürlich mit Hongkong um IPOs konkurrieren. Ich konnte jetzt noch nicht herausfinden, ob dann die Pekinger Börse auch für ausländische Investoren investierbar oder handelbar sein wird. Ob man dort handeln und kaufen kann. Ich gehe aber mal davon aus, dass es so ist. Was auch, denke ich, ein Ziel ist, dort die Firmen, die jetzt in den USA gelistet sind als ADR, dass die möglicherweise zurückkommen oder dass es wenigstens dort keine großen neuen IPOs gibt. Es gibt verschiedene Formen des ADR, sponsored und unsponsored. Das sehen wir alles gleich nochmal im Detail. Ich denke trotzdem, China braucht Big Player. Financial Unternehmen wie Tencent, wie Ping'an, wie Alibaba, die wollen nicht die Firmen zerstören. Denn die Kommunistische Partei möchte natürlich selbst auch an der Macht bleiben. Und sie wollen auch, dass die Menschen dort zufrieden sind. Und das erreichen sie nicht, indem sie die Firmen zerstören. Passend auch dazu, dass es jetzt China Mobile, die ja als ADR in den USA verboten und delistet wurden, wegen Verbindungen zum Militär, so die Aussagen der USA, die machen jetzt ein IPO mit A-Aktien nochmal auf China-Festland. Ich besitze ja China Mobile, habt ihr Hongkong-Aktien, sehe das als gute Sache an. Jetzt kommen wir mal zum zweiten Teil des Videos und zwar Portfolio prüfen, beziehungsweise welche Aktien jetzt weiter unter Feuer stehen werden und welche vermutlich nicht. Wie gesagt, alles meine Meinung. Ich sehe Aktien wie zum Beispiel oder Unternehmen Alibaba, die als ADR gelistet sind und in Hongkong, die aber auf den Cayman Islands registriert sind, sehe ich weiterhin unter Feuer und Beschuss an. Die haben jetzt ja vor kurzem freiwillig für nationalen Wohlstand oder Wohlstand für alle, so eher formuliert, freiwillig also Geld schon abgegeben. Das werden jetzt viele Chinesen machen. Wenn wir mal in den CSI 300 schauen, hier über den ETF, da sind die Aktien, die auf Festland China gelistet sind. Da ist zum Beispiel Ping-An dabei. Ping-An gibt es in Festland China als A-Aktie, in Hongkong und als ADR in den USA. Die sehe ich zum Beispiel als weniger gefährdet an. Ich habe ja jetzt ganz frisch eine Aktienanalyse zu Ping-An gemacht. Dort sage ich auch nochmal, dass es dort viele A-Aktien gibt, was gut ist. Wir schauen uns jetzt mal die Unternehmen hier ein bisschen an, die großen, die ihr auch kennt und vielleicht ein Portfolio habt. Alibaba ist hier so aufgestellt, dass sie nach dem US-Recht auch für die SEC berichten. Sie machen natürlich Monats- und Quartalsberichte. Das gefällt China nicht. Sie wollen eigentlich gar nicht, dass sie sich dort den US-Regularien unterwerfen und dort die ganzen Informationen auch so preisgeben, wie die USA das wollen. Und wenn wir hier nochmal schauen bei Alibaba, die ADRs sind Level 3, das heißt die höchste Ausbaustufe. Da muss eben komplett berichtet werden. Und es ist ein Sponsored-ADR, das heißt Alibaba hat dort aktiv mitgewirkt und unterstützt das natürlich. Es gibt hier noch eine Liste mit den Aktien, die zum Beispiel am OTC-Market gelistet sind. Das heißt, die sind nicht direkt an der Börse in den USA als ADR, wie jetzt in Nasdaq oder New York. Dazu gehört zum Beispiel Tencent, my2onjd.com und da schauen wir jetzt mal weiter rein. Tencent ist in Hongkong gelistet, nicht auf Festland-China. Die gibt es als ADR in den USA zu kaufen, aber die sind unsponsored. Ihr seht auch hier an der Original-ISIN, sie sind auch auf den Cayman Islands registriert. Das ist sicherlich auch eine Sache, die China nicht gefallen wird. Auf jeden Fall hat hier quasi eine Bank, ein Finanzinstitut in den USA die ADR herausgebracht, ohne aktive Mitunterstützung von Tencent. Sie können also nichts dafür, sehe ich jetzt hier als nicht so schlimm an. Bei my2on ist es so, die sind hier in Hongkong zum Beispiel gelistet und der ADR ist auch unsponsored und auch Cayman Islands. Also wie gesagt, ich denke Cayman Islands ist auch keine gute Sache, aber Alibaba wird es hier aus meiner Sicht noch ein bisschen schwerer haben, weil die hier Sponsored-ADRs haben mit Level 3, Vollberichten und Cayman Islands. Ich denke, das wird China hier nicht gefallen. Und bei my2on zum Beispiel kann man hier sehen, ihr könnt sehen, wenn ihr SEC.gov eingebt und dann die Firma sucht, kommt ihr hier in den Edgar. Dort sind die ganzen Fillings abgelegt und hier seht ihr nur die F6. Das ist der Antrag auf ADR. Ja, hier wird aber nichts berichtet, weil bei Level 1 muss kein Quartals- oder Jahresbericht an die SEC eingereicht werden. JT.com könnt ihr hier schon sehen, auch am NASDAQ gelistet, damit automatisch Level 2 oder Level 3 und in Hongkong an der Hongkong Stock Exchange. Wenn wir bei JT.com schauen, dann sind es Level 3, Sponsored-ADRs, auch Cayman Islands. Also für mich jetzt auch eher ein höheres Risiko, dass dort weiter eingegriffen wird. Noch schlimmer, und das bestätigt meine Theorie, dass China hier vor allen Dingen die Unternehmen etwas bestraft, könnte man sagen, die nur in den USA oder vorwiegend in den USA gelistet sind als Level 3. Hier, Tall Education, ihr seht hier mal den Aktienkurs von über 60 jetzt hier auf 5 Dollar gefallen. Die sind nur an der New York Stock Exchange gelistet. Natürlich Sponsored, natürlich Level 3. Cayman Islands, die sind gar nicht auf Festland China oder in Hongkong. Machen natürlich ihr Geschäft in China und ich denke, da hat jetzt der chinesische Staat gesagt, okay, ihr denkt, dass ihr hier schön in den USA am großen Kapitalmarkt aktiv sein könnt und in China unser System nutzt. Damit ist jetzt Schluss und das ist auch passiert. Die sind hier komplett rasiert worden. Die dürfen nämlich gar kein Geschäft mehr machen, beziehungsweise nicht mehr profitabel arbeiten, müssen Non-Profit werden oder so ähnliches. Also am Ende ist hier das kapitalistische Geschäftsmodell vorbei. Ping-An, sage ich, ist vielleicht weniger gefährdet. Es gibt A-Shares, es gibt A-Shares, es gibt ADRs. Die A-Shares hier machen ungefähr die Hälfte der Aktienanzahl aus. Das ist eine gute Sache. Und die haben zwar Sponsored ADRs, also die haben das unterstützt, aber nur als Level 1. Das heißt, das Reporting ist auf ein Minimum heruntergefahren. Daher sehe ich die nicht so kritisch an. Also schaut in euer Portfolio, beschäftigt euch mit euren China-Aktien. Es gibt große Unterschiede von welchen, die es nur als A-Aktie gibt oder vielleicht wie China Mobile, die jetzt wieder A-Aktie werden und in Hongkong sind, in den USA verboten. Das Gegenteil ist für mich Alibaba, Cayman Islands, Level 3 in den USA, sehe ich als höheres Risiko an. Prüft euer Portfolio, macht euch Gedanken und dann wird alles gut. Am Ende sehe ich trotzdem China weiterhin als sehr attraktiven Markt, aber man muss jetzt ein bisschen auf die Einzelwerte schauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert den Kanal. Vielen Dank und ich sage bis zum nächsten Mal.